An unserer Arbeit in der Gastronomie allgemein und auch in der Patientenhotellerie ist es schön. Wir beschäftigen uns mit Speise und Trank, mit Bestellungsaufnahme, was immer wieder ein Highlight für unsere Patienten und Mitarbeiter in unserem Restaurant ist. Von zukünftiger Leitung der Patientenhotellerie erwarten wir ein konzeptionell, prozessorientiert zu arbeiten, aber im Wichtigsten daran ist immer noch ein Mensch. Man hat es mit ganz verschiedenen Kunden zu tun. Wir haben auch verschiedene Leute im Team, was es einerseits spannend macht, aber die Menschlichkeit voraus, dass wir einen offenen Umgang miteinander pflegen, ehrlich sind und zwischendrin auch ein bisschen Zeit haben für Humor ist uns sehr wichtig. Wenn Sie Freude haben, mit Kunden zu arbeiten, in einem zukunftsorientierten Betrieb, wo der Patient der Mittelpunkt ist und das Wort Mensch gross geschrieben wird, dann sind Sie bei uns am richtigen Ort. die Leute anbenden Betrieb gerne. Sie sind ein ganzes Schuss. Die Untertitelung ist so ein flushing. Die Untertitelung ist rohlich. Und weil für die